Ich darf Sie hier ganz herzlich heute begrüßen zu der Endrunde der Spiele ohne Grenzen von der WZ zum Superverein 2014. Auch die Jugendfeuerwehr Volk Maasen ist zu den Spielen ohne Grenzen hochmotiviert an den Start gegangen. Auf die Plätze, fertig, los! Bei optimalen Wetter- und Rahmenbedingungen schlugen sich die jungen Leute glänzend. In Rekordzeit überwanden sie die erste Übung, die 10 Meter als menschliche Raupe. Auch beim Blinde-Kuh-Spiel überzeugten die Kandidaten mit Geschicklichkeit und Teamgeist und brachten diese Herausforderung souverän hinter sich. Unter den Zuschauern wurde auch Bürgermeister Linde Kugel erspielt, der sich als Freiwilliger zur Demonstration der nächsten Aufgabe zur Verfügung stellte. Auch hieran zeigten sich die 10 Jugendlichen topfit. Jawohl, komm, Kaffee! Gut eingeschraben! Ich hab' das keine Ruhe gehabt. Weiter, weiter jetzt! Lediglich beim Leiter-Golf hielt ihr den Kandidaten ein wenig das Glück, um eine höhere Punktzahl zu erreichen. Diese Bälle machen einfach manchmal nur, was sie wollen. Aber diese fehlenden Punkte glichen die jungen Feuerwehrleute dann mit Mannschaftsgeist in der Schlussübung der Ballonkette wieder aus und bleiben somit weiter im Rennen um den rollenden Hauptpreis des Wettbewerbs Superverein 2014. goodwill is! one that will be nice best Vielen Dank.